Kommt ihr jetzt endlich essen? Nein, die ganze Wurst wird in die andere Richtung abtransportiert, okay. Das heißt, ihr keine Verpflegung, ihr produziert normal. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Na, jetzt scheinen alle drei produzieren zu wollen. Ah, sehr schön. Damit komme ich dann auch klar. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, noch ein Brunnen für noch mehr Wasser. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind drei Lagerhäuser. Komme ich genau auf 500. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wobei, da geht sich sogar noch mehr aus, weil ich das hier nochmal ausbauen muss. Gucke ich auf 501. Sehr schön, die Papiermühle sind jetzt ordentlich am Arbeiten. Oh. Und das da sollte ich auch ausbauen, ne? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, Nahrung für die Mönche fehlt. Papier ist schon, äh, 60% des Papiers ist schon da. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sehr schön. Also ja, ich sehe eigentlich nirgendwo irgendwelche Engpässe und Probleme. Das nehmen wir. Gebäudeausbau fertiggestellt. Was ich noch ausprobieren könnte. Wer hier zwischen diesen, zwischen dem großen Tor, dem großen Mauts, Beilagerhäuser auf jeder Seite errichte. Ich sehe, ob ich dann ein bisschen mehr Durchlass erzeugen kann. Okay, unser Papier hätten wir schon mal. Das ist gut. Das muss nur noch rankommen. Aber zwischendurch kommt ja auch normale Nahrung durch. Aber das hier ist halt wirklich ein Engpass. Ich kann die Straßen in dieser Mauer nicht ausbauen. Und ich kann da keine Zwischenlage einsetzen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Mir bringt ehrlich gesagt das absolut nichts. So, die Bauhütte ist auch fertig ausgebaut. Aber gleich haben wir die benötigten Siedler zusammen. Schutzbefohlener. Seht nur unser Reich. Geschäftlich und blühend wird es zusehends größer und noch zahlreiche Siedler sind bereit, die mit Müfernreise über die tantrischen Berge anzutreten, um sich unserer Sache anzuschließen. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Glückwunsch. Eure Taten haben euer Prestige gemerkt. Macht nur weiter so. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja, jetzt kann ich die Geistlichen auch in die einzelnen Außenposten senden. Also die, die ich am wichtigsten erachte. Oder als am wichtigsten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ein Abi noch. Ne, sogar zwei. So. Es sind eigentlich nur noch Nahrung und Papier hier gefragt. Ja, und eigentlich so wie das aussieht, scheint es jetzt hier ein bisschen mehr los zu sein. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Oder habe ich jetzt alles put gemacht und die wissen nicht mehr. Da doch, da kommt Wurst und Papier. Gebäudeausbau fertiggestellt. Oh ja, Gebäudeausbau. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Die ignorieren jetzt einfach die Lager und transportieren es zwischen den beiden anderen Lager in den Unterern oder was. Ich hätte eine andere Idee, Papier und Wurst bitte hierher. Und das hier pausieren. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Irgendwie finde ich es gerade gruselig, dass die Träger den ganzen Weg... Rennen... Kommt, geben wir mal Speed ein bisschen. Beim Augenblick haben wir ja eh nur noch das zu tun, das Papier und die Wurst zu liefern. Das würde ich eigentlich heute gerne noch schaffen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bistee... Das ist entweder ein sehr komischer Bug. Weil die werden dann komplett ignoriert, die beiden. Untertitelung. BR 2018 Bistee...